Der perfekte Tag kann für mich nur morgens um 3 Uhr beginnen. Ich liebe es, früh aufzustehen. Ganz besonders, wenn ich alles fresh and clean for the weekend machen kann. Ich liebe putzen. Manchmal frage ich mich, wie Leute nicht motiviert sein können zu putzen. I don't understand you. Hab dann noch, bevor ich alles fresh and clean mache, mich selbst fresh and clean gemacht. Wir müssen beim Putzen ja gut aussehen. Einmal im Monat mache ich ein Deep Clean von meiner Spülmaschine. Ich habe euch mal in der Nahaufnahme den Filter gezeigt, weil wenn ich das sehen muss, dann könnt ihr das auch sehen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ja, Karen, wenn deine Spülmaschine von innen nicht so aussieht, dann ist das auch voll okay für mich. Nee, ohne Spaß macht man echt öfter eure Spülmaschinen sauber. Das ist nicht nice. Ich liebe es, wenn ich morgens schon so viel geschafft habe, obwohl der Tag noch gar nicht richtig angefangen hat. Bester Start in dem Tag. Anschließend habe ich noch schön gesaugt und gewischt. Hab den Sauger natürlich extra auf Turbo-Modus gemacht, damit die Nachbarschaft wach wird. It's a joke. Aber nee, irgendwie auch nicht. Dann war ich auch schon ready für den Tag. Bye-bye.